Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer erfreulichen Neuigkeit und zwar werdet ihr ab Patch 10.2 das normale Fliegen auf den Dracheninseln freischalten können. Hat Blizzard mittlerweile auch offiziell bestätigt, wird es wieder einen Pfadfinder-Erfolg geben. Damit sind diese Dinger hier gemeint, die gab es erstmalig zu Draenor-Zeiten, dann zu Legion auch und zu BFA. Das musste man immer machen, damit man in den jeweiligen Gebieten dann fliegen konnte. Dasselbe bringen sie jetzt auch mit dem Release von Patch 10.2 für die Dracheninseln rein. Und zwar ist das Ganze hier natürlich noch unter englischen Namen gelistet, auch im deutschen Client. Aber hier seht ihr das schon mal, Dracheninseln-Fahrtfinder. Dafür braucht ihr folgende Erfolge, ihr müsst die Main-Story-Kampagnen der vier Gebiete auf den Dracheninseln spielen, sprich Küste des Erwachens, Ebenen von Onara müsst ihr ebenfalls abgeschlossen haben. Dann das Azublaue-Gebirge, halt die Geschichte durchquesten und zu guter Letzt noch Teil Trasus. Also einfach die Kampagne zum Release von Dragonflight. Hatte man das halt einfach passiv eigentlich gemacht. Das sollte jeder haben, wenn man gespielt hat. Dann braucht ihr noch die 10.1-Kampagne in der Zaralek-Höhle. Diesen Erfolg hier braucht ihr ebenfalls, Clout von Neltarion. Und theoretisch könnte man denken, das war's schon, aber nein. Blizzard hat bestätigt, dass das nicht alle Erfolge sind, sondern ihr braucht noch mehr Erfolge, außer nur diese 5 Erfolge. Leider Gottes. Und zwar braucht ihr ebenfalls den Erfolg Erforscher der Dracheninseln. Dabei müsst ihr einfach alle vier Gebiete, also Küste des Erwachens, Ebenen von Onara, Azublaus-Gebirge und Teil Trasus, vollständig erkunden, also die ganze Karte aufdecken. Außerdem braucht ihr den Erfolg Erkundung der Zaralek-Höhle, also einfach die ganze Zaralek-Höhle aufdecken und erkunden auf der Weltkarte. Und dann noch zwei weitere neue Erfolge, die erst mit Patch 10.2 möglich sind. Und zwar müsste es hier Explore the Emerald Dream sein, die neue Zone. Dementsprechend auch vollständig erkunden, die ganze Weltkarte aufdecken, wie auch schon mit der Zaralek-Höhle und den anderen Gebieten. Und zu guter Letzt braucht ihr noch den Erfolg Fresh Scales 15. Ihr könnt schon jetzt soweit den Ruhm bzw. Ruf bei den Fraktionen farmen. Aber Friends in the Dream ist logischerweise dann die neue Fraktion, die mit 10.2 reinkommt. Und da müsst ihr halt dann erstmal noch Ruhmstufe 15 erreichen, bzw. Ruhm 15 erreichen bei dieser neuen Traum-Ruf-Fraktion. Die anderen fünf Ruf-Fraktionen könnt ihr aber jetzt schon machen. Und zwar ist damit einfach nur gemeint, dass ihr die Niffen von Loh-Arm auf Ruhm 15 haben müsst, Drachen-Schuppen-Expeditionen auf Ruhm 15, Zentaurern der Maruk auf Ruhm 15, Tuskar von Iskara auf Ruhm 15 und Waldragen-Abkommen auf Ruhm 15 und halt dann mit 10.2 die neue Ruh-Fraktionen der Dream Wardens oder so, wie die heißen. Die müsst ihr dann auch auf Ruhm 15 haben. Und wenn ihr diese Erfolge alle habt, dann werdet ihr vermutlich diesen Dragon Isles Pathfinder-Erfolg bekommen, auch wenn es aktuell nicht alles anzeigt. Aber all die Erfolge, die ich gerade genannt habe, ist es so offiziell bestätigt höchstwahrscheinlich, dass es so live geht, dass ihr die alle braucht. Also es ist schon mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden und viele behaupten jetzt sicherlich auch, warum sollte man das machen? Weil das normale Fliegen auf den Dracheninseln ist natürlich langsamer als das Drachenreitenfliegen, wenn man es richtig macht. Allerdings gibt es viele, viele Leute, die haben Probleme mit diesen Drachenreitenfliegen beziehungsweise Systemen und kommen damit einfach nicht klar. Und das normale Fliegen ist halt einfach, ich sag mal so, anfängerfreundlicher. Da kann man nicht viel falsch machen, außer halt rumfliegen. Und das Drachenfliegen ist halt ein dynamisches Flugsystem sozusagen. Da musst du halt aktiv ein bisschen auch mit Köpfchen spielen und ein paar Tasten auch drücken. Und das normale Fliegen ist halt einfach nur Taste drücken oder draufklicken aufs Mount und dann losfliegen. Ich kann euch das Ganze auch nochmal gerne hier demonstrieren. Zack, klicken wir drauf und dann fliegen wir los. Ja, das wird möglich sein. Ab 10.2 könnt ihr endlich wieder normales Fliegen benutzen und Spaß haben auf den Dracheninseln. Ist zwar langsamer, aber sicherlich für den einen oder anderen entspannter. Und manchmal gibt es halt vielleicht auch so Situationen, wo man mal einen Berg abstürzt und dann muss man nicht warten, bis es sich regeneriert, sondern kann dann auf das normale Mount umswitchen. Also sicherlich eine nice Sache. Das Problem ist nur, dass die Leute wahrscheinlich nicht wirklich damit zufrieden sind, dass man dafür so viele Erfolge machen muss. Aber gut, ne? Ist halt so jetzt so, ist halt mit Arbeit verbunden. Ihr müsst dafür ein bisschen was tun, damit ihr das normale Fliegen quasi benutzen könnt auf den Dracheninseln. Aber ich sag mal so, viele Leute haben sich das jetzt gewünscht. Jetzt kommt es endlich mit 10.2 und macht es einfach. Gehört euch den Erfolg und seid zufrieden und heult nicht so viel rum und dann ist gut. Und hier nochmal nur als offizielle Bestätigung zum Abschluss. WoW hat auch schon bereits darüber berichtet. Der Dracheninseln-Fahrtfinder kommt mit Patch 10.2. Das normale Fliegen auf den Dracheninseln wird wieder möglich sein. Hier sind die ganzen Erfolge, die vermutlich dafür gebraucht werden. Ja, wie euch gerade alle gezeigt. Und Blizzard hat auch selbst hier ein Blue-Poster verfasst, damit ihr auf Safe Call wisst. Ja, das ist safe, das wird kommen. Und zwar steht hier, Der Pathfinder wird in 10.2 verwirkbar sein. Die Implementierung auf dem PTR ist noch nicht abgeschlossen. Weitere Details folgen in Kürze. Durch das Freischalten vom Pfadfinder können sie ihre nicht-drachenreitenden Reittiere auf den Dracheninseln verwenden. Ja, wunderbar. Soviel zu der Info. Endlich normales Fliegen auf den Dracheninseln. Perfekt. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Findet ihr das nice? Sagt euch so, endlich! Wird auch mal Zeit. Dieses schmutzige Drachenreiten-System war eh der größte Schrott. Jetzt kann ich endlich wieder normales Fliegen machen. Aber ihr müsst halt auch da auf ein bisschen was tun. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere von euch das nicht gut findet. Dass man dafür so viele Dinge erledigen muss, nur um dann normal fliegen zu können. Obwohl es langsamer ist, als das normale Drachenreiten-Fliegen-System. Aber so ist es, so wird es kommen. Und ja, lasst mich gerne eure Meinungen dazu in den Kommentaren wissen. Würde mich interessieren. Wenn es euch gefallen oder läuft, mag gerne noch ein Like da lassen. Wenn ich ja nicht, bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.